Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ist ein cooler Tag und zwar Vigno hat angerufen. Wir gehen heute ins Theater, also eine Theatervorstellung. Aber nicht nur das, was genau passiert, zeige ich euch nämlich, weil wir treten da in einer gewissen Art und Weise auf. Vigno ist ja in diesem Theaterstück und spielt im Prinzip einen Musiker, der die Songs, der Band spielt. Wie genau und was, keine Ahnung, ich war noch nicht da. Und heute ist sozusagen der letzte große Auftritt davon und ich werde dabei sein und es mir angucken und sogar ein bisschen ihn irgendwie mit begleiten oder irgendwie mitspielen. Keine Ahnung, wie alles ablaufen wird, aber ich werde es euch auf jeden Fall zeigen. Also, bis dann. Übrigens, guckt euch mal an. Mega scheiße heute, Digga. Alles grau, aber trotzdem einfach mal richtig feucht und einfach mal so 20 Grad. Ich stehe hier einfach so im T-Shirt. Mann ey, so schwül, furchtbar. Na gut, bis dann. So Leute, wir sind jetzt hier beim Theater. Vigno steht schon da hinten, bereitet sich vor. Da wird die Bühne aufgebaut gerade. Und ja, hier stehen unsere ganzen Songs. Und gleich geht's los. Wir spielen ein paar Songs und dann geht's rein. Wir spielen den paar Lieder von uns ab. Und ja, so wird das Ganze heute aus. So, das ist jetzt hier der Backsitch-Bereich. Dahinten ist im Prinzip die Bühne, wenn es weiter gerade rausgeht. Oh ja. Vielleicht werde ich auch noch geschminkt. Hoffentlich nicht. Und ja, hier stehen wir jetzt. Mal gucken, was das Ganze noch abläuft. Ich hab keine Ahnung. Mal sehen. Das hier ist das Stück. 50.000$. Ich bin gespannt, wer es abläuft, DJ-Programmen. Die machen gerade so eine Aufwärmübung hinten, deswegen, die ersten Gäste kommen schon, deswegen, shhh, mal gucken wie das läuft. So Leute, wir sind heute hier bei einem Biergarten und wir spielen heute. Marc wird sogar auf Notavideo gekommen. Und ja, gleich geht's los. Bei dem ist, wie es aussieht. Jetzt geht's gut. We are. Wir sind gerade noch hier. Wir sind hier. Ich kenne den. Wir sind da. Und jetzt? Ja, wir sind. Das war's für heute. Das war's für heute.